Jawoll! Oh, die ersten, die sind ja unterwegs! Und ein riesen Applaus an alle! So, aufpassen, die kommt von hinten wieder! Sie haben noch die Höhle, Sandra! Einen Höhle, Sandra! Mache! Der Schuhmacken hier lang ist ruhig! Ja, los, Feuer! Komm, 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 komm! Komm, 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 komm! Fein, fein durchfahren, fein durchfahren! Hör uns nicht auf die anderen gucken! Schalbock, komm, komm, komm! Bin ja ehrlich! So, wo kommt die A? Jetzt schicken wir noch die Tore! Und mit einem eigenen Führer! Ein enges Brennen! Und könnt ihr aber auch nichts ausreißen! Nichts ausreißen, die Kids! So! Also, letzte Achtung, die Kids fahren einmal durch! Und wir in Sturm! Ja, la, la, la! Ja, la, la! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Ja, super! Jetzt brauchen wir jetzt! Also, die jetzt! Ja, super! Und jetzt! Ja, super! Ja, super! So! Jetzt kommt gleich der Zulandlaus! Es geht um die Hüfte. Wir dürfen gerne helfen und anfangen. Alles Gute! Hopp, 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 hopp! Komm, Klasse! Komm gleich, Spiegelfahrer wieder! Das war aber von Neide, Mann! Komm gleich, Spiegelfahrer wieder! Die Staubewelle! Ja, Mann! Oh, Römer, kommt jetzt das! Jawohl, jetzt kommt Deich! Gleich hoch! Das sieht gut aus! Ihr seid ja alle ganz schön! Hopp, 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 hopp! Weitertreten, dreht, dreht er! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, alles gut! Alles gut! Bis gleich! Vor links! Super! Das sind schon drauf im Sinne eigentlich! Und in den Rennen! Ja, ja, schwer! Ja, vorne mit Blick bitte rein! Klasse! Super! Weitertürung! Ganz klasse! Hopp, hopp, hopp! Und jetzt aber wirklich schnell, jetzt rüber aufpassen! Klasse! Super! Klasse! Super! Klasse! 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 Oben ein bisschen hochschalten! Geht berg rein gleich! Klasse! 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 Danke! Youtuber, k sponsors! Warte! Kasse! Das ist doch für viele Schritte! Warte, komm her! Warte! Komm her, Und jetzt komm! Der Ehring, da kannst du rückwärts fahren. Ja. Na ja, ist doch cool. Steht den Jeans an. Ich glaube, er macht Dank und fährt hoch bis zu den Radladern. Ich hätte noch zwei drüben Sprüche auf die Hürde erinnert. Die hat er. Da kannst du den Abwehrschirm pflegen. Die Säure müssen die aus dem Radlader raus aus der Staubsen weiter. Jawohl, das Radlader hat er geschafft. Oh, dann kommt er treffen. Der hat aber kein E-Bike. Ja, hat er mit. Er hört es glaube ich nicht mehr. So ist es neu. Doch, er hört es noch. Er kann auch alles zeigen. Kennst du ihn mal von vorm Film? Ich will mal das Gesicht sehen. Oh. Ja, das macht er nice. Und er drehts und drehts. Ja, aber ich glaube noch sechsmal. So. Ja, also. Jetzt dann noch Rolf Ruths als nächstes. Und er hat gesagt, ich trinke einen Kaffee in der Himmelskreuer. Und der Erik ist ein Mann einfach. Gib Gas, das Bier hast du gleich. Ja, das sieht immer noch höher aus. Leise Übertragung des Gesichts nach unten wäre jetzt wünschenswert. Jawohl, ich glaube das Bier ist gleich da. Aber ich denke Marcel lässt dir auch so nicht lukken. Los, hoch geht's. Schanzenweg. Das schaffst du. Und mein Applaus für Erik. Jetzt, jetzt, ja. Er hat ihn. Das Bier. Der Schanzenweg. Er schafft es. Kommt ihn fest. Jawohl, jawohl, jawohl. Jawohl, jawohl, jawohl. Und er ist drüber. Weißt du, der Kaffee? KommtAy. Du, hey. Du musst doch wat was dicht lang. Okay. Du musst den noch even Lärchen. Das Bier haben wir gleich. Da lächelt es wirklich. Da lächelt es wirklich. Das ist ein Problem. Wie gesagt, wird er aufs Gnatterdreck rennen. Da ist er Lizenzfrohre. Da komm ich hin. Normalerweise mit Knitter nach unten. Unter den Zeilen. Heute mit dem Fahrrad nach oben. Das sind die Schuhbahn. Die haben ein Fahrrad eingehört. Der Hinterreifen. Heute ist es gesteckt. Der Schuhbahn SC Norweger Allerberg. Jetzt fahren die E-Burger. die Feuer ist vor Die fallen. Wenn du bist, jetzt sind wir hier. Ja, wir haben. 3, 2, 1, GO!